Hey, ich bin It's Gisela hier auf YouTube. Und ich Kati, aber das solltet ihr ja wissen, ne? Und wir haben uns überlegt, ein Kollaborationsvideo zu drehen. Indem Jessica und ich uns an der 5 Minuten Make-up Challenge versuchen. Hier auf meinem Kanal seht ihr, wie ich versuche, mich in 5 Minuten komplett zu schminken. Und abschließend stellt sich dann Jessica nochmal vor, beziehungsweise ihren Kanal. Und ja, vielleicht möchtet ihr einfach mal bei ihr vorbeischauen und gucken, wie sie es schafft oder ob sie es schafft, sich in 5 Minuten zu schminken. Jetzt viel Spaß beim Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und übrigens, ich habe vorher nicht geübt, also ich habe keine Ahnung, wie das dann zum Schluss aussehen wird. So, ich bin total aufgeregt. Ich werde jetzt meine Stoppuhr stellen auf 5 Minuten. Hier. Und dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los! Oh, Haare wegstecken, habe ich vergessen. So, das ist nämlich meine BB-Cream. Die lässt sich hier mal etwas schwierig verteilen. So, dann Concealer. So, dann Concealer. Noch 4 Minuten. Oh Gott, hab ich das geschafft? Braucht man so lang? Ich kriege schon rote Flecken im Gesicht, weil ich so gehetzt bin. Ähm, ach ja, dann nehme ich immer noch hier diesen Pinsel und unter den Augen den Concealer, dass er nicht so schmiert. So, ich mache so Puder drauf. So, Lidschatten. Oh, Pinsel hätte ich vielleicht auch mal vorher sauber machen müssen. Ich nehme Virgin von der Make-Up Palette. Und dann Make-Up Palette. Und dann Make-Up Palette. Und noch ein bisschen Bark-Küffel, zeige ich euch mal. Wuuuuh, 12 Minuten 26. So, dann nehme ich meinen Einleiter. Ich glaube, oben den Lidstrich zu ziehen, werde ich jetzt nicht mehr schaffen. Deswegen nehmen wir nur auf der Masse hier. So, 1 Minute 40. Eine Pultusche. Oh Mann. Mein Herz rast. Augenbrauen. Ich versuche auch wirklich alles zu machen, was man so machen könnte im Alltag. Eine Minute. Und unten nicht vergessen. Oh, jetzt habe ich die schon in den Haaren. 30 Sekunden. Ach, du Scheiße. Äh, Grusche habe ich noch vergessen. Uh, jetzt fällt schon alles runter. So. Na, nehm ich einen von Kiko. Oh, oh. So, Lippenstift. Teile von den Fingern. So. Okay, das war's. Ich wollte eigentlich noch einen Lipgloss nehmen, aber den habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Aber ich denke mal, das reicht doch eigentlich so, oder? Ich tue mal hier ein Spänkchen raus. Was sagt ihr? Ist jetzt nichts Besonderes, aber was will man schon in fünf Minuten hinkriegen, ne? Ja, ich meine, es ging. Normal mache ich eigentlich viel mehr Wimperntusche und vielleicht noch einen Lidstrich am oberen Wimpernkranz. Aber naja, ich meine, es ging, ne? Ja, ähm... Ja, ich bin gespannt, Jessicas Videos zu sehen. Und sie stellt sich jetzt auch hier im Anschluss vor. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss! Und an dieser Stelle möchte ich mich jetzt nochmal kurz vorstellen. Mein Name ist Jessica. Ich bin It's Gisella auf YouTube und 16 Jahre alt und mache seit ca. eineinhalb Monaten Videos auf YouTube. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mal bei mir vorbeischauen würdet. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht sieht man sich ja bald mal. Tschüssi!